Herzlich Willkommen zum neuen W&W-Log. Ja, heute sind wir bei Artistik Werbewelten wieder mit einem neuen Livestream unterwegs. Dennis, was planen wir denn heute so alles? Hallo Michael, hallo Zuschauer. Ja, wir haben heute wieder einige spannende Sachen in unserem neuen Vlog geplant. Und Matz ab! So, gleich sind wir hier live. Noch eine Minute und das Team ist natürlich noch am Essen. Danke, dass du mich beim GAN filmst, du ***. Zu eurer Info, es ist 18.37 Uhr. Das war ein Snack. Scheiße. Jan, ich dachte, du kannst gar keine Gitarre spielen. Kann ich auch nicht. Aber ich dachte, vielleicht kannst du mir irgendwie helfen, können wir das faken? Das können wir faken. Hallo und herzlich Willkommen im Sprinter von W&W Modern Media. Wir sind gerade auf dem Weg nach Waldachtal-Thumlingen zu Fischer. Und da nehmen wir die mit den Dübeln oder auch Fischertechnik, Spielzeug, immer gut. Und da machen wir eine Ausbildungskampagne, weil ja leider die Bewerbungsmessen, die stattfinden können, machen wir das Ganze jetzt digital. Wie hat es läuft? Es läuft super. Also ich muss sagen, die Azubis und Studenten, die machen das top. Richtig gut. Es läuft richtig gut. Die Azubis sind toll. Und jetzt geht's weiter. Wir filmen für den digitalen Ausbildungstag von Fischer. Sehr gut. Und dein Job? Mein Job ist so ein bisschen das Ganze zu moderieren. Cool. Und wie läuft's? Sieht man, wenn ich geh'n? Nö. So, wenn wir schon beim Fischer-Shop sind, kaufen wir natürlich nur einen. Da wir alle technisch sehr interessiert sind, sind natürlich solche Spielzeuge perfekt für uns. Endlich vorbei. Nee. Cool. Ja, wir sind fertig. Wir haben's geschafft. Die Studenten und Azubis haben einen super Job gemacht. Wir sind top zufrieden. Und jetzt können wir heben. Wir machen ja für unsere Region Neckaralp verschiedene Werbespots zu unterschiedlichen Branchen. Heute die Branche Handwerk. Und dafür sind wir hier bei einer Bäckerei in der Backstube. Und das ist unser Set. Heute geht es darum, ein bisschen Menschen zu kneten. Wir sind leer. Wir lassen uns ran die Dank an die, oder? Wir lassen uns in den kabinem menorcher Kinkropolix Kinkielzen. Die Pratikende werden auch immer wieder. Die Pratikende werden auch immer wieder. Technische Textilien machen wir mit Links. Die Pratikende werden auch immer wieder. Die Pratikende werden auch immer wieder. Die Pratikende werden auch immer wieder. Ich präpariere gerade die Popcorn-Eimer für unser Werbesporträt. Wir haben hier Popcorn gekauft. Die Dinger haben aber ein Fassungsvermögen von 10 Litern. Und da wir keine 10 Kilo Popcorn reinpacken wollen, legen wir eine Trennscheibe dazwischen und füllen nur die obere Hälfte. Gut, ansonsten wünsche ich uns allen viel Spaß. Schön, dass ihr alle hier seid. Let's go! Wir synchronisieren jetzt unser Werbevideo nach. Gut, wir haben jetzt die Aufnahmen für unser Werbevideo beendet. Jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt und zwar die Synchro. So, ihr seht, ich habe meine orangenen Synchromütze aufgesetzt. Wie das Ganze abläuft, das seht ihr jetzt. Wie das Ganze abläuft, das seht ihr jetzt. Gut durchdacht sein und perfekt zu dir passen. Und ja, wir wissen auch, dass keiner gern wartet. Gut durchdacht. Gut durchdacht. Gut durchdacht. Gut durchdacht. Gut durchdacht. Gut durchdacht. Gut durchdacht.